Die Gruppe kündigt zuerst an das Reifersen Skitrainingszentrum. Schön, dass ihr auch dabei seid. Willkommen am Oberen Stadtplatz. Grüß euch! Die Gruppe kündigt zuerst an das Reifersen Skitrainingszentrum. Die Gruppe kündigt zuerst an das Reifersen Skitrainingszentrum. Das ist eigentlich das Magistrat. Ich weiß nicht, ob die Wortezeiten bei normalen behördlichen Gängen dort auch so lange dauern. Aber Hauptsache, sie sind da. Und sie haben wirklich ein tolles Motto. Wickel an die starken Männer mit einem sensationellen Wagen. Das kann ich jetzt schon ankündigen. Die sind schon mal. Die sind schon mal. Die sind schon mal. Jetzt will ich bis zum 30er. Sonst legst du mir einen 10er. Kriege ich, aber ich weis sch реert! Was ist das? Musik 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 Ich bin mir überfältig. Das war's für heute. Kussi Das war's. Tschüss, geht's auch. Musik 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 Heiho, 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 mit Henske-Tvergefloh, die mit Töcke wird uns spaziert, heiho, heiho. Ich gehe jetzt an der Presselektor Wiener auf Zentrum. Komm schon! Musik Das ist eine große Herausforderung. Wow, ich bin so ein Fremd, das ist ausgeregt. Jaa! Hey! Hey, hey! 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 Ja, wir hören uns, da riecht sich was. Motto, schon das Schaf. Also, der schon das Schaf dürfte sich fortgepflanzt haben. Ich bin wirklich wieder willkommen heißen. Der Papa Kneipp mit seinen Früchen. Sehr schön, dass er nachsetzt. Mit Anilters Porchtenringer. Der Papa Kneipp. Der Papa Kneipp mit Fisk. Der Papa Kneipp. Der Papa Kneipp. Der Papa Kneipp. Hey, schon ein schönes Gedicht da. Was sagst du? Sag ein schönes Gedicht da. Ja. Hier ist Gott der Beatty. Toi! Wir müssen eine Frage beantworten. Natürlich. Wieso haben die Windhager heute so gut gespielt, wie sie über den Kreisinger Berg aufgegangen sind? Warum sie so gut gespielt haben, weil sie über den Kreisinger... Ja, Bergauf ist immer positiv. Nein, ich habe mir gedacht, dass ihr nicht dabei wart. Der Kreisinger Berg? Ja. So? Natürlich. Da habe ich meinen wohlbelehrten Körper wohl entleeren müssen. Wo kann man so schnell schon nehmen? Wenn man ein gutes Elternhaus hat, dann geht das. Am besten natürlich auch, wenn man viel Gepäck von Beatty ist. Wie geht's? Ja, ich werde nicht etwas schiefen. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie finde ich? Wie ist das? Wie war ich? Wie war ich? Jetzt bin ich hier noch kurz. Wie war ich da? Musik Und ich habe mir zwei Reise. Ich habe mich nur daraufhin, dass es da in den Pfannen einsteigt. Ich bin froh. 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 Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute.